Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ich weiß, letztes Mal haben wir dem alten Gareth geholfen. Diesmal werden wir erstmal die Tür öffnen. Und wir werden ein paar neue Sachen hier lernen zu machen. Prozessionsgewehr schaden. Why not, Digga? Boom! Mehr Schaden. Fuck you all. Panzer Upgrades. Hm, können wir uns das leisten. Element Zero. Können uns eins davon leisten. Das ist alles so teuer. Ah ja, Tech-Schaden, biotischer Schaden. Ich weiß nicht, mal gucken. Schiffsdinger, irgendwas. Was bringt mir das? Äh, einer gefuckt, glaube ich, oder? Oder müssen, bringt mir das was? Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas bringt, dieses Schiff zu upgraden, weil wir damit ja eh nix machen. So wirklich, oder? Krass, aber wir haben uns hier voll viel Shit noch eigentlich lernen und so. Aber fuck it all. Wir haben irgendwie eine Sache gelernt, das reicht, Mann. Wir haben schön Präzisionsgewehrschaden erhöht. Das reicht. Ist alles gut. Was machen wir jetzt? Fane würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Fane? Fane ist doch der eine. Die Tanne. Der komische, der immer so gerne chillt. Aber wo hat der gechillt, ist die Frage. Der hat irgendwo gechillt, wo es chillig war. Fuck. Warte, wir suchen ihn jetzt mal. Äh, das heißt, er hat auch eine Mission für uns. Okay, Aufzug, Bitches. Wo ist Tanne? Jacob und so, Manchester. Tay. Okay, der ist hier. Ah, so viele Nebenmissionen. Unglaublich. Äh. Nope. 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 Ich kann nicht glauben, dass die Kollektoren früher Proteaner waren. Ich habe mir die Proteaner einmal ziemlich majestätisch vorgestellt. Nicht wie Reeper. Oh, nein. Wer weiß, was die Reeper mit ihnen gemacht haben. Unheimlich. Oh, nein. Da hinten ist Gareth auf jeden Fall. Waren wir schon. Hier ist er nicht drin. Ich habe gerade eine Nachricht von meiner Frau bekommen. Nobody cares. Ah, hier ist er drin. Hey. Grüß. Shepard. Als wir uns auf Ilium kennenlernten, habe ich erwähnt, dass ich sterben werde. Die Krankheit heißt Kepral-Syndrom. Sie ist nicht ansteckend, aber ich habe nicht mal mehr ein Jahr zu leben. Haben Sie mich deswegen herbestellt? Ich habe mir diesbezüglich gar keine Sorgen gemacht. Nein. Aber wo das Ende meines Körpers näher rückt, denke ich immer öfter über meine Fehler nach. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Koliath. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Also gut, Sie haben sich vermehrt. Nichts Ungewöhnliches für eine organische Spezies. Ist das alles, worüber Sie reden wollten? Es gab Komplikationen. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Koliath aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Und wo wollte Koliaths Körper mit ihm hin? Zur Citadel. Wohin genau, weiß ich nicht. Nur, dass er dort hingereist ist und mit den kriminellen Elementen der Station Kontakt aufgenommen hat. Er wurde angeheuert, um einen Mann zu töten. Ich möchte, dass Sie mir helfen, das zu verhindern. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis Sie mich brauchen. Okay, los geht's. Wir waren gerade da. Hätte er immer vorher was gesagt. Nein, ich sag nichts. Ah, Kinnis, Kinnis, Kinnis. Immer, immer macht ihr mir das Leben schwer. Ah, wir waren gerade in der Citadel, das können wir wieder andocken. Das ist doch prima prächtig, ey. Beginnen Sie nach dem Durchschwiffern mit einer Zeit, um mächtige Boni freizuschalten. Nein, danke. Wir spielen einmal durch, das reicht. Das ist enough. Enough! Okay, Zeit, das noch mal durchzuspielen. Ah, gut. So, wo müssen wir hin? C-Sicherheit untersucht anscheinend den Tod von Cydonis, Shepard. Bisher haben Sie keine Spuren. C-Sicherheit berichtet außerdem, dass kürzlich ein Drell den Zoll passiert hat. Das Büro von C-Sicherheit hat sicher weitere Informationen darüber. Das Büro von C-Sicherheit. What? Äh, wir suchen mal so'n... Taxi? Die Presidium von Fische sind. Nein, sind sie nicht. Nein, C-Sicherheit lässt mich. Ich bin halt, wie Sie geheißen. Ähm... Wir gehen mal einfach hierhin. Einfach so, wir checken mal, dass es hat. Hey. Wer ist gerade... Achso. Willkommen zurück unter den Lebenden. Ich war nicht sicher, ob Sie meine Nachricht erhalten haben. Weswegen wollten Sie mich sehen? Ich will ehrlich sein. Ich hatte gehofft, die anderen Ratsmitglieder zur Teilnahme an diesem Treffen überreden zu können. Leider hören sie nur selten auf mich. Manchmal frage ich mich, ob Odina nicht doch die bessere Wahl für dieses Amt gewesen wäre. Keiner hat behauptet, dass es leicht wird. Aber ich kenne Sie. Sie sorgen dafür, dass Dinge erledigt werden. Danke für Ihr Vertrauen. Aber Odina würde wohl kaum zustimmen. Seiner Ansicht nach habe ich beim Umgang mit anderen noch viel zu lernen. Ich weiß noch immer nicht, warum ich herkommen sollte. Es wird seit ihrer Rückkehr viel geredet. Ach ja. Manches davon ist offengestanden ein wenig beunruhigend. Die Lästern über uns. Die Pisser. Verhandlungsweise zu erläutern. Vielleicht brächten Sie den Rat dazu, die Dinge aus Ihrer Perspektive zu sehen. Aber Sie wollen sie nicht empfangen. Sie haben den vorherigen Rat und ihn dürfte Sovereign auf die Citadel sterben lassen. Ja, normal. Vergehen nicht. Die Interessen der Menschheit wären Ihnen stets wichtiger als die Belange der Galaxie. Die Gerüchte über Ihre Zusammenarbeit mit Cerberus waren dabei auch keine Hilfe. You got them right. Was machen Sie eigentlich da draußen? Die Kollektoren entführen unsere Kolonisten in den Terminus-Systemen. Und ich glaube, dass sie für die Reaper arbeiten. Die Kollektoren? Das hatten wir nie in Erwägung gezogen. Es gibt kaum Daten darüber. Ach, was sie nicht sagt. Sie sind immer nur eine Randbedrohung zu sein. Wenn sie nur eine Tarnung für die Reaper sind, wäre das ein Hammer. Aber selbst das reicht womöglich nicht aus, um den Rat aus seiner Lethargie zu holen. Die anderen waren die letzten zwei Jahre damit beschäftigt, sich einzureden, dass die Reaper gar nicht existieren. Ich habe versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber das wollen sie gar nicht. Es ist viel praktischer, die Sovereign einfach als Kriegsschiff der Geth zu betrachten. Der ursprüngliche Rat bestand aus blinden, sturen Einfallspinseln. Der neue scheint nicht viel besser zu sein. Es liegt an Ihnen, die Reaper aufzuhalten, Shepard. Ich kann Ihnen nur einen Titel anbieten, falls Sie ihn wollen. Ich kann Sie wieder in den Specter-Status erheben. Why not? Ich gewinne damit zwar keinen Beliebtheitswettbewerb, aber Sie können das nicht verweigern. Ihr Titel wurde Ihnen nach Ihrem Tod niemals offiziell aberkannt. Außerdem sind Sie für die Menschheit nach wie vor ein Held. Und der Rat kennt die Risiken, Ihre Meinung einfach so zurückzuweisen. Ich nehme alles, was Sie mir geben können, alter Freund. Und wenn es von Ihnen kommt, ist es genauso viel wert wie beim ersten Mal. Die Zeremonie fällt kleiner aus und hat mehr Symbolcharakter als ihr guttut. Aber in manchen Kreisen hat der Titel immer noch Gewicht. Der Rest liegt an Ihnen. Ich halte Ihnen den Rücken vor dem Rat und der Allianz frei. Das dürfte nicht schwer sein, solange Sie in den Terminus-Systemen operieren. Anderson, wir müssen reden. What's up, bitch? Shepard, was machen Sie denn hier? Noch nie einen Geist gesehen, Udina? Natürlich habe ich schon gehört, dass Sie am Leben sind. Aber ich hatte nicht erwartet, Sie auf der Citadel zu sehen. Hoffentlich haben Sie nichts Unbedachtes getan, Ratsherr. Etwa ein Treffen mit dem Rat anberaumt. Das könnte zu ernsthaften politischen Konsequenzen führen. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Udina. Warum gehen Sie nicht in Ihr Büro und denken darüber mal eine Weile nach? Natürlich, Ratsherr. Schönen Tag noch Ihnen beiden. Tut mir leid. Udina hat nie verkraftet, dass ich den Sitz im Rat bekommen habe und nicht da. Manchmal muss ich ihn eben zurechtweisen. Udina macht nur seine Arbeit. Wohl wahr. Er ist durchaus nützlich. Und wenn auf der Citadel etwas erledigt werden muss, weiß er genau, an wen man sich dafür wenden muss. Außerdem nimmt er mit Warner all die offiziellen diplomatischen Pflichten wahr, für die ich gar keine Zeit hätte. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir den Gefallen und seien Sie vorsichtig. Weiß mal, jetzt. Ah, da waren wir. Da müssen wir hin. Wir müssen zur C-Sicherheit. Ah, hau. Wo ist die C-Sicherheit? Ach, da. Oh, das war der. Oh! Jetzt habe ich verstanden. Okay, Bailey Bitch. Ja. Mein Partner will seinen Sohn finden. Wir vermuten, dass ein Krimineller von hier ihn angeheuert hat. Dürfte kein Problem sein. Es gibt hier nicht viele Drill. Da haben wir es ja schon. Einer meiner Leute hat kürzlich ein Drill gesehen. Und er hat mit Maus gesprochen. Maus. Interessant. Maus. Ein Kleinkrimineller. Vermutlich hat nicht er ihren Jungen angeheuert. Er ist eher ein Bote. War früher eine Schachtratte. Und erledigt alles, wenn er dafür bezahlt wird. Eine Schachtratte. Maus ist meistens oben vor dem Darkstar. Ein öffentlicher Com-Terminal ist sein Büro. Sieht aus, als sei ihr Junge mit den falschen Leuten unterwegs. Ja. Sehe ich auch so. Wenn Maus sie nicht direkt zu ihrem Sohn bringen kann, weiß er zumindest, wer es kann. Und wenn nötig, kann ich auch noch helfen. Dann behalten wir uns mal besser. Sie haben ihm nicht gesagt, dass Koljad ein Attentat plant. Wir werden ihn aufhalten, bevor es dazu kommt. Oder nicht? Doch. Aber nicht. Danke, Schabett. Darkstar. Darkstar launch rechts runter. Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Emily Wong. Boah, warte mal. Oh, ist das hier lang? Oh, hier geht's hoch. That's unexpected. Darkstar launch. Da ist Maus. Ich weiß, das ist Maus. Bist du Maus? Ja, ja, kann ich... Ja, na klar. Ich kann euch heute noch zwei Kisten besorgen. Sind Sie Maus? Was wollen Sie? Was wollen Sie? Oh, scheiße. Krios? Ich dachte, Sie wären im Ruhestand. Commander Shepard? Ich dachte, Sie wären tot. Was wollen Sie von mir? Maul halten, Maus. Sie können sich gleich eine neue Hose anziehen. Wir brauchen ein paar Antworten von Ihnen. Meine Auftraggeber... Sehen Sie, ich kann nicht einfach jedem Fragen beantworten. Aber mir schon. Sie haben einem anderen Drell Anweisungen für einen Attentat gegeben. Wer ist die Zielperson? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht gefragt. Denn die Leute, für die ich arbeite... Für sowas haben wir keine Zeit. Ah! Oh Gott. Thane! Helfen Sie mir! Helfen Sie mir, Maus. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit ist mein Sohn. Deshalb hab ich ihm den Job ja besorgt. Ich dachte, das wäre in Ihrem Sinne. Bitte! Erklären Sie das. Er kam zu mir und sagte, dass er Arbeit sucht. Er hatte ein Holo von mir. Das, was Sie gemacht haben, Krios. Ich hab's dann verbreitet. Über Ihre alten Kontakte. Und Elias wollte ihn anheuern. Elias Callum. Sie haben sich gerade jede Menge Schmerzen erspart, junger Mann. Ja, sicher. Aber wenn Callum davon erfährt, war's das für mich. Und ich kann nichts dagegen tun, außer mich zu verstecken. Krios, wenn Ihnen irgendwas an mir liegt, dann verpassen Sie Callum eine Kugel, bevor Sie wieder gehen. Wir scheißen eigentlich auf Maus. Maus stinkt. Gehen wir zurück zu Bailey. Ich frage mich, warum ein Präsidium fish schweigt. Ich frage mich. Ein Phrysidiums-Fisch Fuck the fishes, fuck all the fishes Captain Bainey! What's up bitch? Können wir über den Sohn meines Partner reden? Haben Sie mit Maus gesprochen? Hell yeah Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem man zusammenarbeitet? Hell yeah Callum Callum? Scheiße Also... Das ist jetzt peinlich Callum und ich haben ein... Ein Abkommen Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit Und ich ignoriere ihn dafür Wenn Sie sich schmieren lassen, bitte sehr Mir ist egal, wie Sie Ihr Revier führen Ich will nur wissen, ob Sie mir helfen Ja, ich helfe Ihnen Keine Frage Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in mein privates Zimmer Dort können Sie ihn selbst verhören Ich bleibe außer Sicht... Der verarscht mich sicher Mit etwas Glück wird Callum glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte Ich muss einige Vorbereitungen treffen Wir machen das, sobald ich zurück bin In Ordnung Kommen Sie wieder, bevor ich die Nerven verliere Ich muss verrückt sein Los, ich soll mal mit dem quatschen Gott dammit, Alter, ich finde... Sind Sie bereit, Callum zu verhören? Bringen Sie ihn her Wir haben vielleicht nicht viel Zeit Ich kümmere mich darum Warten Sie hier Ja Wir haben Callum Sagen Sie, Bailey, wir sind soweit Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol Heute wohl kaum Captain, sein Anwalt ist hier Ich wette, Elias hat seine VE so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald Seesicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert Ich halte ihn auf Gehen Sie rein und beeilen Sie sich Wir sollten ihn gemeinsam verhören Und immer Druck machen Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Überzeugen Sie ihn davon, dass eine Kugel in den Kopf auf ihn wartet, wenn er nicht auspackt Wenn er Angst hat, wird er bestimmt kooperieren Also gut Ich werde ihm vorspielen, dass wir bereit sind, ihn zu töten Wir können aber nicht zu viel Druck machen Die Information ist so wichtig, dass wir uns keine Leiche erlauben dürfen Klar Machen Sie mich los, Bailey Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich Wer zum Teufel sind Sie beide? Alter, wir sehen schlecht badass aus Dann kann ich das nachklicken Sie haben einen Attentat beauftragt Sie werden mir jetzt sagen, wer das Ziel ist Der einzige, dem ich irgendwas sage, ist mein anderer Ich sage Ihnen, wie es läuft Ich stelle eine Frage, Sie beantworten die Frage Und Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden Für wen halten Sie sich eigentlich Sie? Mr. Callum, kann es sein, dass Sie mir nicht zugehört haben? Oh, super Sie haben mir gerade Ihren Job gegeben Wenn Sie mich nochmal schlagen, kassiere ich auch noch Ihr Geld Mit Ihnen fahre ich Schlitten, sobald Bailey hier auftaucht Bailey ist nicht hier, wir schon Sie haben es mit uns zu tun, ist das klar? Was sind Sie, Froschjunge? Sein kleiner Verteidiger? Schlagen Sie mich ruhig nochmal, Arschloch Für jeden, wie Sie wollen Wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, sobald ich hier rauskomme? Kann ich ihm noch eine geben? Nur weiter so, Sie harter Knabe Sie kommen hier nämlich in einem Leichensack raus Gehen Sie zum Teufel Ganz locker Tod nützt er uns nichts Sind wir jetzt fertig? Ich habe nämlich Termine Schluss mit der Geduldnummer! Ich will einen Namen, sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Troganer Jorm! Jorm Jalit! Ein Jorianer aus den 800 Blocks! Er ist bewusstlos Ich denke, wir müssen ihn nicht aufwecken In Anbetracht dessen, wie sehr ihn die Leute fürchten, hätte ich erwartet, dass er etwas länger durchhält Shepard, er ist ein ganz gewöhnlicher Verbrecher Sie haben einen Reaper erledigt Wenigstens haben wir den Namen bekommen, bevor er umgekippt ist Gehen wir! Das ist richtig, b***h Was liegt dahinter? Warum hat Kelhelm den Jungen angeheuert? Für einen Attentat auf einen Torianer namens Joram Talit Kennen Sie ihn? Joram? Sicher Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht Er ist ein Menschenhasser Wir müssen das Attentat verhindern Können Sie uns zu den 800er Blocks bringen? Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug Die beiden müssen zu den 800 Blocks Ja, Sir! Ja, man, that's nice Okay Dann... Mal gucken, ob jetzt noch eine Cutscene kommt Kann ja immer mal sein Da ist er Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talit über die Wartungsstege Sagen Sie mir, was er tut Durch den Kroganer Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht Amonkira, Herr der Jäger Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung Äh... Wartung... Ein Zauberer Es war wunderbar mit Ihnen allen zu sprechen Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden Sie können darauf zählen Zeigen Sie den Menschen, dass nicht alles nach Ihrem Willen geht Das werde ich, und zwar mit legalen... Whatever Ähm... Vielen Dank fürs Zuschauen In der nächsten Folge machen wir dann weiter hier Bei dieser komischen Verfolgungsmission Haut rein, komm bis zum nächsten